Ja, ich heiße Kai Hase. Wie ich heißen würde, also früher wollte ich mal Tom heißen, aber mittlerweile habe ich mich glaube ich an Kai gewöhnt. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Vogel. Wahrscheinlich irgendwie Mäusebussard oder Falke oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, wo man gut alles überschauen kann, sich die Sachen angucken kann und einen gewissen Abstand zu den Dingen auch hat. So allgemein ein perfekter Tag. Ich glaube, wenn man die Sachen schafft, die man sich so vorgenommen hat, also wenn das dann so just in time dann alles gut hingehauen hat. Alles andere wäre zu langweilig und alles andere zu stressig. Deswegen der perfekte Tag ist das, wenn man das erreicht, was man sich für den Tag vorgenommen hat. Lieblingsessen? Lieblingsessen? Also ich würde sagen, Lieblingsessen ist immer noch Apfelstrudeln. Die Zeitreise ginge für mich, ich sage mal so, spannend glaube ich, in den nächsten 50 Jahre erstmal in die Zukunft, um zu gucken, okay, was sind so die nächsten Steps und dann danach dann aber ein bisschen krasser vielleicht nochmal 250 Jahre in die Zukunft. Mal gucken, ob wir da noch da sind und wie das Ganze dann aussieht. Ich glaube, ich wusste nie ganz genau, was ich mal werden möchte und deswegen bin ich sehr erfolgreich das geworden. Ich glaube, ich bin immer noch auf der Suche und definiere noch irgendwie sowas, wo ich mal hin möchte. Es ist noch nicht ganz klar, aber ich glaube, ich habe jetzt auch eine gute Position gefunden, wo ich sage, wo ich mich wohl fühle. Also als Projektleiter, das macht schon Spaß.